Hallo und herzlich willkommen zurück zur Einführung in die Hilbertraumtheorie. Letztes Mal haben wir aufgehört mit so einer ersten Charakterisierung von Hilberträumen. Wir haben nämlich gezeigt, wenn wir einen Hilbertraum haben, dann gilt in diesem Hilbertraum die Parallelogrammgleichung, so wie sie hier steht. Die haben wir uns geometrisch quasi hergeleitet, beziehungsweise einmal geguckt, warum das Ding Parallelogrammgleichung heißt. Und dann haben wir so eine gewisse Umkehrung bewiesen, das war der Satz von Jordan Neumann. Der sagt aus, wenn wir in einem normierten Vektorraum diese Parallelogrammgleichung erfüllen, dann gibt es auch ein Skalarprodukt, welches diese Norm erzeugt. Das heißt, im gewissen Sinne gilt die Parallelogrammgleichung genau dann, wenn wir einen Hilbertraum haben. Wir wissen nur nicht unbedingt in der Einrichtung bezüglich welches Skalarprodukt. Jetzt wollen wir uns in dieser Folge eine Anwendung der Parallelogrammgleichung angucken. Und zwar wollen wir uns anschauen, die Existenz eindeutiger Proxima, die eine Anwendung findet, vor allem wenn man konvexe Analyses hat. Und motivieren kann man das Ganze am besten, indem wir uns mal ein konkretes Beispiel angucken, nämlich indem wir uns den R2 angucken. Also wir setzen unser H einfach mal als R2 ausgestattet mit der ganz normalen euklidischen Norm, beziehungsweise mit dem euklidischen Skalarprodukt, wie man es seit der Schule kennt. Und jetzt nehmen wir uns mal irgendeine Menge M. Die ist es nicht. Die muss sein, nicht leer und konvex. Ich befürchte, die ist es auch nicht. Wir nehmen einfach mal eine Ellipse. Die ist nicht leer und konvex. Sondern die nennen wir mal M. So. Und jetzt betrachten wir den Abstand für jeden Punkt von M zum Ursprung. Das ist ja letzten Endes das, was die euklidische Norm eines Vektors andeuten soll. Und das kann man sich jetzt hier quasi für jeden Punkt M aus M hinmalen. Und was wir jetzt feststellen werden, was wir beweisen werden, ist, es gibt genau einen Punkt, den nennen wir x0, sodass diese Distanz hier, so und jetzt dürfen wir nicht einfach sagen minimal wird, im gewissen Sinne schon, aber sodass der Abstand das Infimum aller Normen von Vektoren oder Elementen in M ist. Ja, das heißt, was hier quasi die Charakteristik ist, die Norm von diesem x0 in unserer euklidischen Norm ist das Infimum über alle x aus M und dann nehmen wir da die ganzen euklidischen Normen der Vektoren von M. Davon gibt es genau eins. So, und jetzt können wir schon so leicht erahnen, warum wir hier die Konvexität brauchen. Die brauchen wir zur Eindeutigkeit. Wenn ich jetzt hier eine nicht-konvexe Menge andeute, mach das mal hier so ein bisschen kleiner neben nochmal, so eine nicht-konvexe Menge andeute und ich sag mal deswegen, das Ding sieht irgendwie so aus, das kommt dann näher an dem, an das dran, was ich erstmal gemalt habe, dann sehen wir sofort, na gut, okay, da geht unter Umständen, das ist jetzt not to scale, aber die Idee kommt drüber, da geht unter Umständen eben diese Eindeutigkeit flöten, weil hier zwischen kann sich halt irgendwie alles abspielen. Wenn wir uns überlegen, das könnte hier natürlich auch nochmal ausschlagen und hier noch ein bisschen oszillieren und noch so Kleinigkeiten machen. Also auf jeden Fall geht uns die Eindeutigkeit einer Konvexität flöten. Das werden wir gleich im Beweis dadurch merken, dass wir nur bei der Eindeutigkeit die Konvexität brauchen. Die Existenz ist ein rein funktional-analytisches Element. Also formulieren wir jetzt erstmal den Satz. Wir wollen irgendwie auf so eine Gleichung raus, nur in einem allgemeinen Hilbertraum und dann beweisen wir das. Das ist Satz 1.8. Wir brauchen tatsächlich nicht die Vollständigkeit von H, das heißt wir fordern nur, dass das ein Innenproduktraum ist und wir sagen M-Teilmenge H soll, wie gerade schon angedeutet sein, nicht leer, sonst kann es gar keine Elemente in M geben. Konvex für die Eindeutigkeit und, und das ist jetzt für die Existenz wichtig, es muss eine vollständige Menge sein. Ja, eine Menge ist dann vollständig, wenn die Menge mit der Norm, die durch Skalarprodukte induziert wird, selber als normierter Raum vollständig ist. Insbesondere dann erfüllt, wenn H eben ein Hilbertraum ist und ich meine, was muss dazu erfüllt sein? H Hilbertraum, ich glaube es kommt auch gleich. Genau, H Hilbertraum, M abgeschlossen. Dann kann man sich das an der Stelle sparen. So und dann ist die Aussage, es gibt genau ein x0 aus diesem M mit genau dieser Eigenschaft, nur halt hingeschrieben für die H-Norm. Das sähe dann also so aus. Ja, und wie gesagt, wir können das Minimum nicht im Allgemeinen hinschreiben, weil dieses Infimum halt nicht angenommen werden muss. Ja, das lässt sich aber zeichnerisch nur schlecht andeuten, weil ich zeichne in der Regel abgeschlossene Mengen. Und bei abgeschlossenen Mengen ist das Infimum, das wissen wir auch aus der Analyse, immer dann ein Minimum. So, wie beweisen wir das? Naja, es sind klassisch zwei Schritte. Einmal die Eindeutigkeit und einmal die Existenz. Und wie so oft in der Mathematik, fangen wir an, indem wir die Eindeutigkeit beweisen und uns hinterher erst herleiten, dass es überhaupt solche Elemente gibt, oder solch ein Element gibt. Hat hier an der Stelle einfach nur so ein bisschen den Vorteil, dass man sonst in Eindeutigkeit und Existenz zweimal so eine Konstruktion von einem Delta durchführt. Das spart man sich hier. So, wir setzen zunächst mal Delta fest als die rechte Seite. Also als das Infimum, weil diese Norm x gemessen in der H-Norm für alle x aus der Menge m. Und das ist dann auf jeden Fall größer gleich 0. Das ist nach Definition der Norm jetzt erstmal nichts Spannendes. Und jetzt nehmen wir uns zwei Elemente x, y aus m und fordern, dass die Norm von x gleich die Norm von y gleich Delta ist. Das heißt, es gäbe mal zwei solche Elemente, die halt eben entsprechend dieses Infimum sind in der Norm. Was wir jetzt folgern müssen, ist, dass x gleich y gilt, oder, und das werden wir zeigen, dass die Norm von x minus y gleich 0 ist. Das ist dann nämlich die Homogenität, beziehungsweise die Homogenität der Norm. So, was wir jetzt machen, ist, wir benutzen die Parallelogrammgleichung und schreiben uns die hin für die Vektoren 1 halb x plus 1 halb y. So, also wir schreiben, ich kürze die Parallelogrammungleichung wie immer ab mit 1,4, dafür hat der Ding eine Nummer. Also wir schreiben 1,4 für 1 halb x plus 1 halb y hin. Warum dieser Vektor? Naja, das kann ich ausklammern. Das ist 1 halb mal x plus y und insbesondere ist das eine Konvexkombination von x und y, weil sich die beiden Skalare ja zu 1 aufaddieren. Das heißt, das ist, weil unsere Menge konvex ist, wieder in m. Das ist eine der Möglichkeiten, die konvexe Hülle, eine konvexe Menge zu beschreiben, indem man dann sagt, ja gut, Konvexkombinationen von Elementen in der Menge sind wieder Teil der Menge. So, was kommt dann raus, wenn wir das jetzt hinschreiben? Da kommt raus die Norm von 1 halb mal x plus y h Quadrat plus die Norm von 1 halb x minus y h Quadrat und jetzt Parallelogrammungleichung, also 1,4 ist das gleiche wie 2 mal 1 halb x plus 1 halb y jeweils in der h Norm, jeweils ins Quadrat. Das können wir jetzt einfach ausmultiplizieren und dann können wir das ein bisschen umschubsen. Dann landen wir bei folgender Formel. Wir landen bei 1 Viertel mal die Norm von x plus y h Quadrat. Das kommt dadurch raus, dass ich so ein halb hier rausziehe, geht das ins Quadrat und dann bleibt hier das stehen und das ist das gleiche wie, jetzt lösen wir diese Klammer auf, ein halb rausgezogen ins Quadrat ist ein Viertel mal 2 ist ein halb. Das heißt, dann steht hier ein halb Norm x Quadrat und hier hinten genauso dann ein halb Norm y Quadrat. So, und was fehlt uns noch? Naja, dieser Term hier, ein halb x minus y ins Quadrat, den müssen wir auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir subtrahieren minus und ziehen das Viertel nach vorne, minus ein Viertel mal x minus y zum Quadrat. So. Was haben wir damit gewonnen? Wir können jetzt damit eine Abschätzung hinbekommen für x minus y. Ja, denn hier raus folgt jetzt, dass die Norm von x minus y ins Quadrat kleiner gleich ist als zweimal Norm x plus Norm y minus hier Delta Quadrat. Wie kommen wir drauf? Naja, wir multiplizieren das hier oben einmal mit 4 durch. Hier bleibt die, jetzt klammern wir die 2 aus. Die beiden tauschen wir. Also einmal plus die Norm x minus y, einmal minus die Norm x plus y. Naja, und x plus y kann ja maximal nach Definition von x und y zwei Delta sein. So, und zwei Delta ins Quadrat sind eben diese vier Delta Quadrate, die da hinten entstehen. So, dem Dingen hier dem geben wir mal den Namen Sternchen. So, also und das gilt jetzt hier für jede, für je zwei Werte x, y aus m. Das haben wir hier oben aber auch hingeschrieben. Ne? Genau. Also diese Konvexkombination. Ne, Moment. Wir geben uns zwei x, y aus m vor und betrachten die Konvexkombination. So. So, andererseits haben wir dann aus dieser Darstellung oben x plus yh zum Quadrat gleich wieder zweimal die Norm von x Quadrat plus die Norm von y Quadrat minus die Norm von x minus y zum Quadrat. Ne, das ist genau diese Formel hier. Nur halt mit dem, mit dem mal 4 multipliziert und die 2 ausgeklammert. Und das können wir jetzt umstellen und erhalten norm x minus yh Quadrat gleich zweimal norm x Quadrat plus norm y Quadrat minus die Norm x minus y äh, x plus y, Entschuldigung a zum Quadrat und das ist jetzt größer gleich als zweimal norm xh Quadrat plus norm yh Quadrat minus diese 4 Delta Quadrat. So. Wobei wir jetzt hier bei der letzten Abschätzung bzw. bei der letzten beiden Abschätzung die Definition von dem Delta ausgenutzt haben. Die Tatsache, dass wir mit 1 halb x plus 1 halb y wieder in m landen und damit nicht über dieses Delta rausgehen und das Delta größer 0 ist, weil dadurch dreht sich hier die Relation. So. m ist jetzt aber konvex. Das heißt, wegen Sternchen haben wir jetzt diese beiden Abschätzungen ja, das heißt das x muss gleich y sein respektive die Norm von x minus yh muss 0 sein sonst verstoßen wir gegen diese diese Konvexität von m. Also da m konvex ist gilt Norm x minus yh Quadrat gleich 0 also x gleich y. Das ist die Eindeutigkeit dieses x0s. Jetzt müssen wir uns also noch kurz Gedanken machen, dass dieses x0 auch tatsächlich existiert. Das ist jetzt aber tatsächlich nach ganz normalen funktional-analytischen Begründungen und hier kommt jetzt die Vollständigkeit ins Spiel. Nach Definition von dem Delta also von dem Infimum gibt es eine Folge xn in m mit xn in der Norm gegen Delta für n gegen unendlich eine sogenannte Infimalfolge. So, wegen dieser Aussage Sternchen hier ist dann dieses xn eine Cauchy-Folge. Man ersetzt jetzt einfach x durch xn y durch ym und dann steht hier nämlich im Prinzip genau die Cauchy-Bedingung. Also Sternchen sagt dieses xn ist eine Cauchy-Folge. Und jetzt kommt die Vollständigkeit. Wir haben vorausgesetzt, dass unsere Menge m eine vollständige Teilmenge ist. Das heißt, dieses xn konvergiert. Konvergiert. wir schreiben mal xn gegen x0 für n gegen unendlich. Das heißt, unser x0 ist nichts anderes als der Limes dieser Folge xn. Und weil das Ding vollständig ist, ist dieses x0 hier eben wieder in m. Das heißt, das ist ein Element in m und damit existiert genau so 1, weil im Grenzwert ist das Ding dann eben in der Norm gleich Delta, weil das eine stetige Funktion ist. Gut, das wäre die Existenz. Also die war jetzt tatsächlich dann relativ knackig abgefrühstückt. Damit hätten wir das. Jetzt haben wir im Skript noch eine Bemerkung. Das habe ich aber im Prinzip schon vorweggenommen, als wir das durch diese Skizze motiviert haben. Also diese Konvexität der Menge m wird nur für die Eindeutigkeit benötigt. Das war das Erste. und das andere hatte ich gesagt, diese Voraussetzungen die wir haben, also m nicht leer, vollständig, konvex, insbesondere erfüllt, wenn h in Hilbert Raum und m abgeschlossen ist. Ja, und konvex natürlich. Gut, damit sind wir für heute auch schon durch, weil das ist das Einzige, was wir heute in dieser Folge machen wollten. Nächste Folge geht es dann weiter mit einem wichtigen Begriff, den man erahnen kann, wenn man sich mal in Erinnerung ruft, wie man in der linearen Algebra mit solchen Skalarprodukten umgegangen sind oder was wir mit denen gemacht haben. Wir haben nämlich Winkel ausgerechnet und wir haben das Konzept von zwei orthogonalen Vektoren eingeführt und genau das können wir jetzt auch in Hilberträumen tun. Das werden wir im nächsten Abschnitt motiviert und dann ein paar Aussagen dazu zeigen, die sich tatsächlich relativ analog zu dem anfühlen, was wir schon aus der linearen Algebra kennen. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut und Tschüss. Tschüss.